Alter, was geht denn bei dir? Endlich wieder Gamescom, Mann! Los geht's! Robin, was hast du vergessen? Jetzt hör auf zu lästern! Was hast du vergessen? So, ich weiß, ihr seid alle super gehypt, dass wir zur Gamescom gehen, aber ihr müsst vorher erstmal die Videodays besuchen. Top-Notch-Event. So Leute, guckt mal, Herr Rodos, was sind wir jetzt? Content-Creator. Wir sind jetzt ganz wichtige Menschen. Guckt, keiner freut sich richtig. Embrace yourself. Content is about to be created. Let's go! So, wir sind jetzt hier, endlich bei der tollen Hauptbühne. Das ist ganz toll. Ey Leute! Wir finanzieren Bibis Urlaub! Wir finanzieren Bibis Urlaub! Wir haben die Content-Creator-Area gefunden. Könnt ihr das mit anderen Content-Creator-Partnerschaften machen? Richtig, wir können jetzt richtig ganz toll connecten. Und Kalle ist das richtig unangenehm, wie ironisch wir sagen, dass wir Content-Creator sind. Das ist ihm richtig unangenehm. Achtung! Hey Leute, wer von euch wäre etwas Cross-Promo? Guckt mal, wie unangenehm ihm das ist. Das ist ihm richtig feindlich. Cross-Promo, Leute! Wir verlinken euch alle! Wir sind Content-Creator! Los! 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 You're walking real slow and you're smiling at everyone And I can tell you my love for you will still be strong After the four years of summer have gone Are you here for YouTube stars? Yes. Yes? Which is your favorite YouTube star? Joyce? 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 Is a girl? Yes. And do you think she likes you? Maybe. Maybe. What do you think? Does Joyce like you better or your money? No. Money? No. Like money? Yes. Yes. Kalle macht da schon die erste Kosten-Pomo, klar. Das haben wir created. Diesen Content. Du bist auch Content Creator, oder? Kannst du, warte mal, kannst du mal das Mikro selber halten? Warte. Was ist denn? Was ist denn? I can see you. Your brown skin shining in the sun. You got your hair slick back and there's wave hellers on, baby. I can tell you my love for you will still be strong after the poison summer I've gone. Okay. Bye. 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 So, dieses ganze Event ist ein bisschen ziemlich bekackt. Aber wir haben so eine kleine Idee. Wir machen jetzt hier so ein Meter glücklich. Die kennen uns auch nicht, aber wir besorgen hier jetzt so einen Creator Pass. Und Nosterrafo TV? So leicht geht das. Hier. Content Creator. Danke. Jetzt hast du zwei davon. Ach, das. Okay. Content Creator Admiral Ackwart. Und er ist going to do... Er ist going to do Promo, Cross-Promo in connection with other Creators. Seid ihr auch Content Creator? Eieieiei. Dos Content Creators. Wie die Spanier sagen würden. Ihr seht euch echt ähnlich. Hallo. Was passiert hier gerade? Ja, hier hat gerade ein dummer Typ, der hat ein Mikro unterfallen lassen und... Hast du einen Batman-Tieser da? Ja, habe ich. Ja. Ja. Oh, jetzt gibt es den Rest. Ja. Hier. Ja. Ja. Ich bin eigentlich schon in der Content Creator Area, da gibt es kostenloses Essen. Brötchen, Bratwurst, Currywurst, Schinkenwurst, so Brocken, so ähm, aus Fleisch. Aber auch Brezeln. Ja. Mit der Leuchte! Und Sprite, Cola, Fanta. Ja. Hier, der Typ ist der Mikro wieder. Hilfe! Hilfe! Einer! Du musst nur draufziehen, da fährt deine Kamera runter! Und da trifft man eineneinander. Da kann man gute Deals machen. Deine Tasche, die ist offen. Guck mal. Jetzt ich. Nein. Er will auf meinen Bauch unterschreiben, weil ich bin voll fett geworden. Was willst du eigentlich? Kannst du mir gerne auf Dance unterschreiben? Aber die ist auch fett. Ja. 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 Okay, äh. W- What do you like about the show? All! All you like? About the show? Yeah. Everything. Yeah. Is good! Oh, nice! And, äh, what do you like best about the show? All? Ja! Bibi bibi bibi, wir sind dein Urlaub! Yeah! So, Tag 2, endlich Gamescom. Und unser guter Freund David Heil, der ist leider so fame, wir mussten uns einen Dougal ranholen. Der moderiert die ganze Zeit und wir haben jetzt einfach unseren eigenen David Heil, wenn der keine Zeit mit uns verbringen will, der Assi. Und weil wir sie so schön bei den Videodays reingebracht haben, haben wir sie natürlich auch zur Gamescom reingeschmuggelt. Ey Leute! Seid ihr bereit für David Heil? Ja! Jawoll! David Heil! David Heil! David Heil! David Heil! Jawoll! Hallo! Hallo! David Heil! David Heil! David Heil! David Heil! Ich bin extra mit dem Mikro rausgekommen! Also abonniert Nostarafu! Nein, abonniert Nostarafu nicht! Hast du was zu schreiben? Nein! Was soll ich denn für die Schuhe? Ich hätte gerne ein Autogramm. Ich habe gerade den. Darf ich jetzt einmal live? Okay, wo soll ich drauf schreiben? Das würde ja nicht funktionieren. Das ist so? Nee, das wird nichts. Du hast ihn hier voll gemacht. Ja, jetzt tut mir leid. Ja dann unterschreib einfach auf... Nee... Ah, hier habe ich schon. Ähm... Auf die Hose! Auf die Hose! Auf die Hose! Du könntest natürlich... Nee... Überleg dir was! Ich hab... Ich hab... Überleg dir was! Am besten... Na? Nee... Mach's mir rein! Auf den Nacken! Ist auch dumm! Junge, überleg dir was! Ich muss halt... Mach rein oder wollen... Ich würd dir noch bei anderen Leuten... Okay... Du packst das! Okay! Ihr erinnert euch vielleicht, wie ich vor zwei Jahren bei den Rocket Beans mich eingeschlichen habe. Ich versuch das dieses Jahr noch wahr ist. Ich werd dem Fabian mal sagen, ich hab hier noch seinen Schlüssel. Und so... Alles Scheiße reden ist ja irgendwie... Macht ja auch Spaß. Ähm... Aber ich dachte wir können mal was Positives... Eine positive Message mitgegeben. Ja, aber... Also Sicherheitsverkehrungen sind echt nicht so gut. Hier soll der Videopreis... Ah! Bisschen Schlüssel! Das ist ja super... Du müsst echt besser aufpassen! Immerhin... Ähm... Tim, Tim! Gib ihm einen mit! Hier so gegen den Hinterkopf! Was ist das? Das ist der... Der dritte Wirbel! Ah, der Tim! Weiß ich nicht. Aber verkauf ich nachher auf Ebay. Du kennst ihn, ne? Nee. Du hast Verratung? Ach, der war letztes... Der war ja... Der war nämlich letztes Mal schon da. Und hier ist doch der Videopfall. Ist doch irgendwie mit dir verdealt oder so. Ich fühl mich ja auch nicht sicher. Ja, also die Sicherheitsverkehrungen bei den Rocket Beans glas rechts im Schnübrich. Da waren zwei Securities. Dann ist der eine weggegangen. Auf einmal holt der eine seinen Fidget-Stinner raus und spielt einfach. Kann man einfach mal reingehen. Ja, wie schnell das auch geht. Ja. Ist das nicht der, der David-Heinz' Job... Ah! Wer das Gemick gebrochen hat? Ah! Das Gemick am Phon und... Ja! Das ist auch schon eine Weile her. Ja, das ist... Ah! Äh! Hey, hey, hey! Chis, dick! Oder chords von diagnosticieren! Mann, Mann, Mann Adele... Ehhh! 1600 Entschuldigung? Kannst du mir aufhalten? Danke, Mann! Entschuldigung? Kannst du mir sagen, wo es hier zur Mütze geht? Entschuldigung? Easy,�� leadership! I shake it off, 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 shake it off. So, meine lieben Herrschaften, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Stimme ist ziemlich im Arsch, aber egal, das war's wert. Ein besonderer Dank geht raus an die Band Party Like It für ihre tolle Musik. Dankeschön. Und an alle Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Jeder Cent ist wertvoll. Danke und viel Spaß beim weiteren Programm.